ja ich brauche jetzt bruchstein damit ich diese lücke dazu machen kann ok das sollte reichen mit den 13 als erst mal ach komm ich halt einfach eine fackel hin und so da oben auch noch plopp und dann mit glattstein alles dicht machen so und da ist dicht dann geht es hier weiter jetzt sieht es wieder ein bisschen effizienter aus hier mit der spitzhacke kam mir gar nicht so vor so als wäre mir mal ganz effizient die kohle da raushauen da ist noch was okay das war es da geht es noch mal in die tiefe sogar noch eine schicht da ist noch mehr und da geht sogar noch weiter nach unten so das dürfte aber es gewesen sein hier da will ich jetzt aber zu machen so da und da und da da stand ich im weg moment jetzt muss ich aufpassen wo ich dann überall was hin haue und das war's schon mehr gut test kann einfach so bleiben ok war zu viel so was man da da fehlt auch einer ok ja das ist schön dass sie so effizient ist und haltbarkeit 2 ist auch da drauf ja das ist doch schön und das für vier oder wann sechs punkte weiß ich jetzt gar nicht mehr aber doch für viele also ich finde es eigentlich ganz schön dass das so ein bisschen so schwankt und dass da immer so ein ja so eine unsicherheit dabei ist dass man auch viel kriegen kann für wenig punkte aber dass man eben auch mal pech haben kann und man gibt viele punkte aus und kriegt wenig dafür das finde ich ganz schön aber ich glaube das ist vom verhältnis her doch ein bisschen übertrieben also die fackeln haben jetzt nicht alle den gleichen abstand aber das ist ja egal ja es gibt bestimmt so eine modifikation wo man das ändern kann aber die passt bei meiner also ja die gibt es sicherlich also es gibt eine wo man sich das dann aussuchen kann genau wo man wirklich wählen kann was man jetzt nimmt ja aber das wird mit ihr genauso sein wie mit sehr sehr vielen anderen modifikationen die gehen bei der 179 nicht und ich spiele auf der 179 naja ich überlege mal ob ich denn irgendwann irgendwann mal auf die 18 gehe ich glaube das habe ich sogar schon mal in der probewelt ausprobiert das weiß ich jetzt gar nicht mehr weiß ich nicht mehr ist auch egal ja naja ich weiß nicht da gibt es viele neue sachen das wäre natürlich schon fein vielleicht mache ich das im weihnachtsurlaub da will ich ja sowieso ein riesen let's play projekt machen oh da war eisen und da ist kohle ach ich will jetzt einfach mal noch ein bisschen weiter buddeln dass die rohstoffe kann ich ja noch später noch abbauen vielleicht kommen wir doch noch mal treffen wir doch noch bald hin aber also auf den auf den gegensteuern aber ich will jetzt nicht mehr allzu lange machen ich mache jetzt die ich mache jetzt die die viertelstunde noch voll hier die letzte und dann ist auch wieder gut für heute dann habe ich fünf folgen wieder das reicht ok es ja den kies bauen wir auch ein andermal ab treiben wir den stollen erstmal voran ja wie gesagt also zu erzählen habe ich ja sonst auch nichts mehr und deswegen ist es auch ganz gut wenn ich bald schluss mache vielleicht fällt mir beim nächsten mal wieder was ein oder ihr schreibt was in die kommentare da seid ihr ja immer aufgefordert liebe leute schreibt da was rein wenn ich wenn ich über ein bestimmtes thema reden soll ob ich das kann weiß ich nicht naja irgendwas wird mir schon dazu einfallen also da wäre ich mal dankbar dafür ich moment hier so aber ja das war auch gar nicht verkehrt kann was essen ja ich werde mal überlegen irgendwas fällt mir dann schon wieder ein ich will da mal ein bisschen mehr machen dann bisschen erzählen ein bisschen was was weiß ich philosophien oder weisheiten zum besten geben obwohl es dummheiten sind naja ich glaube ach komm ja das kann ich jetzt zurück hauen ja aber nicht die fackel doch kann ich auch aber wollte ich nicht so und da gleich die nächste hin jetzt will ich mal zur sicherheit gucken aber ja ebene 30 ist das noch so soll es auch sein da vorne ja okay ja ja die rohstoffe holen wir uns noch aber irgendwie hätte ich jetzt auch lust mal von der anderen seite wieder zu buddeln aber die ganzen wege jetzt zurück laufen und dann oben wieder rum ich glaube das ist mittlerweile könnte es sogar tatsächlich fast kürzer sein hier weiter zu buddeln also das dauert natürlich länger aber der weg könnte kürzer sein moment hier so ja das ist richtig krieg schon wieder einen trockenen hals ich muss gleich wieder was trinken mache ich doch eben mal so ja das glas ist leer viertel minuten muss ich noch durchhalten oder viereinhalb ja das kriege ich wohl hin na komm ja was mache ich denn gleich während des renderns eigentlich würde ich ja selbst gerne noch videos angucken aber das kann ich gar nicht wollte das vorhin schon machen aber da war nichts zu machen dass das das lief einfach nicht noch nicht mal bei 480 pixel also ich habe ja sowieso dieses problem immer noch dass es nicht gut läuft aber ich habe schon den anbieter jetzt gewechselt das wird zum 15 dann mitte des monats dann aktuell und dann wird das hoffentlich besser aber gerade vorhin da ging nicht noch nicht mal mehr 480 also videos mit unter 480 braucht man gar nicht mehr zu gucken also da jemand da gibt es auch nichts mehr zu gucken seid doch mal ehrlich ja oder schade um die schönen videos aber ich meine ich sehe sie mir dann ein andermal an wenn das alles wieder funktioniert aber ja das muss ich mir erst mal wieder naja wenn ich dann bearbeite ich bilder nach ich habe ja noch welche nach zu bearbeiten vom urlaub das ist ja noch alles gemacht wie gesagt es waren 415 aber die bearbeite ich natürlich nicht alle nach ich muss aber für alle diese bilder entscheiden welches ist denn nun behalte und welches nicht und die die ich dann behalte die bearbeite ich dann nach ja ich habe mich als koma da ist ja da ist ja wieder was gold ich mach da mal eine fackel hin da auch ich will ja ich will ja nicht runterfahren da hätte ich gerade noch glück oh je moment mal was ist denn da nee das ist einfach nur glattstein ich dachte da wäre bruchstein dass ich dass ich da schon bruchstein hingesetzt hätte aber nein das ist nicht der fall ich werde jetzt glattstein hinsetzen so ich habe übrigens heute mal also das wollte ich schon vor längerer zeit mal machen aber das irgendwie kam ich da nicht weit wollte ich mal recherchieren wie lange ich denn eigentlich schon let's place gucke das habe ich heute geschafft also es ist ungefähr ist es ungefähr vier jahre her so anfang oder mitte november 2011 habe ich damit angefangen wie es überhaupt dazu kam ich glaube habe ich das schon erzählt ich glaube nicht aber das kann ich ja dann ein andermal machen dann habe ich ja schon ein gesprächsthema moment jetzt muss ich mal eben gucken ob mir da war sie entgegenkommen kann der blöde kriper nicht das gold muss ich vorsichtig abbauen war cool die schlucht gefällt mir davon ist eine hexe da war doch eine hexe jetzt ist sie weg cool ja da will ich auch also da will ich kein glas hinbauen sondern irgendwie metallgitter oder irgendwas anderes okay so moment mal das eisen eisenerz muss ich dann aber noch weg machen bevor ich damit glattstein den weg weiter baue und vergesse ich das nur das will ich ja auch nicht und ich muss hier mal fackeln hinsetzen okay das ist das von der vorne so da oben auch noch mal da haben wir so viel zu erkunden ja das werden wir alles noch mal machen aber nicht jetzt so da muss jetzt ja hier weiter bauen das da so da erleben wir auf den letzten minuten ja noch was interessantes eigentlich ist die zeit schon oben seit 56 sekunden egal ich überziehe mal wieder ein bisschen das mache ich ja selbst auch so gerne so herz mache ich ja mal hier weiter und wieder und so wieder zu bauen hier okay und dann habe ich da mal eine fackeln so und dann geht es hier weiter so aber zu noch ein kleines stück und dann ist schluss naja ein bisschen überziehen geht da cool da ist noch mal so eine schlucht so richtig richtig unterirdischer fluss da das gefällt mir da oben ist ja da ist ja auch noch was das habe ich gar nicht gesehen ja leute da haben wir noch einiges zu erkunden und hohe stoffe sind da dran bevor das wird ganz schön aufwendig aber wir haben ja zeit so ich glaube jetzt ist mal wieder zeit schluss zu machen aber ich will nicht wie noch weitermachen ich muss jetzt aber ich muss noch ändern und und so weiter das will ich heute noch mal damit ihr morgen schon die erste folge haben könnt sag ich jetzt am ende der fünften folge finden für diese aufnahme naja auch ja so ja ich hoffe immer dass ich jetzt noch einen blog weiter abbaue und dann ist und dann ist hier der dingsbums schon da das ende aber noch nicht da haben wir noch ein bisschen eisenerz ja ich habe jetzt aber auch keine ahnung wo also auf welchen koordinaten oberklein misselberg eigentlich liegt das interessant ist jetzt hier z 1646 ja gut sagt mir jetzt nichts oder ich habe mich doch vertan und treibt jetzt einen weiteren stollen der jetzt parallel zum anderen läuft nein das glaube ich nicht die straße geht ja schnurstracks ohne abzweig also ohne ohne versetzung irgendwie und wir sind ja genau unter der straße also können wir nur da hinkommen und auch von der höhe her oder tiefe in dem fall ja ist das ja genau so wie es sein soll na vielleicht da oder da oder da oder da oder da nö nö da auch nö ich kann einfach nicht aufhören dann setze ich mal der fackel äh ja wie sieht es mit der höchstung aus das ist noch gut aber die spitzhacke glaube ich ist bald kaputt ja die ist jetzt kaputt ok ja das dauert jetzt wieder länger weil die ja nicht so effizient ist ja die andere war jetzt gut da sind wir jetzt ordentlich weit gekommen die war halbbarkeit 2 effizienz auch 2 also die war schnell und langlebig ok aber ich glaube wieso ist es da hinten so hell jetzt muss ich wirklich mal aufhören denn ja ich muss sie noch ändern so jetzt setze ich noch eine fackel hin haut da noch ein bisschen was weg so jetzt kommt da auch noch erde und erst mal die fackel hin da und die erde aber das hier unten er ist schon komisch naja gut ok machen wir noch eine glatte kante hier so und dann ist los ok ich will gerne weiter machen aber jetzt muss ich immer aufhören ja sonst habe ich nichts mehr zu sagen also liebe leute vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns in der nächsten folge von minecraft auf wiedersehen tschüss so jetzt